Jetzt ist es raus. Bergdoktor-Star Ronja Feucher und Schlagersänger Stefan Mross machen gemeinsame Sache. Ronja Feucher, 28, begeistert als Lilly Gruber Millionen Bergdoktor-Fans. Außerdem hat sie gerade ihren neuen Song-Tirol-Remix rausgebracht. Jetzt hat Ronja noch einen großen Job an Land gezogen. Ronja Feucher steckt bei Immer wieder sonntags ein. Ronja wird mit niemand geringeren als Schlagerstar Stefan Mross, 48, regelmäßig vor der Kamera stehen. Endlich kann ich es verraten, ich werde bei Immer wieder sonntags Außen-Moderatorin. Ab diesem Jahr werde ich neben Stefan Mross Teil des Teams von Immer wieder sonntags, freut sich die Schauspielerin auf Instagram. Ronja wird in der Sendung eine ganz besondere Aufgabe übernehmen. In mehreren Folgen werde ich quer durch Deutschland reisen und außergewöhnliche Menschen auszeichnen. Helden des Alltags, Helden, die das Land am Laufen halten. Menschen, die dann arbeiten, wenn andere frei haben und ohne die unsere Gesellschaft nicht funktionieren würde. Sonntagshelden. Egal ob Menschen im Gesundheitswesen, in Tierkliniken, in der Sonntagsbäckerei oder gerade jetzt während der Fußball-EM. Einsatzkräfte. Menschen im öffentlichen Verkehr, Hoteliers und Gastronomen. Deshalb fordert sie ihre Fans auf, wenn ihr jemanden kennt, der die diesen Preis verdient und den die ihr nominieren wollt, informiert uns. Die Follower sind hin und weg von Ronjas neuer Aufgabe. Wie toll. Bin schon sehr gespannt, was da alles kommt. Wie cool ist das denn und oh wie schön, ich freue mich sehr für dich, lauten nur einige der vielen positiven Kommentare unter dem Post. Ronja ist eben ein echtes Allround-Talent. Montage. 10. Jägg. 11. 16. 16. 17.